Die Gäste Die Gäste Die Gäste Die Gäste Die Gäste Hallo Umi! Hallo Akel! Komm rein! Ich freue mich, dass du gekommen bist. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Auch gut. Gib mir deinen Mantel. Ok. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Die ist für dich. Ich habe eine Flasche Wein gebracht. Vielen Dank. Setz dich. Für dich wie zu Hause. Danke. Akel. Bitte. Was ist das? Ist das Staub? Ja, Entschuldigung. Diese Woche hatte ich viel Arbeit. Und ich habe keine Zeit fürs Putzen. Ich bin gerne Staub allergisch. Aber kein Problem. Ich setze mich weit von Staub. Setz dich hier. Hm. Nein. Ich möchte ein bisschen weiter von der Küche sitzen. Weil der Geruch mich stört. Ok. Eben. Omi. Darf ich mir ein Glas Wein anbieten? Nein. Ich trinke nicht Alkohol oder Wein. Aber du hast eine Flasche Wein gebracht? Ja. Aber es ist ein Schem für dich und deine Familie. Äh. Ich würde gern Wasser trinken. Was? Wirklich? Nur Wasser? Mochtest du einen Cola oder einen Orangensaft trinken? Nein. Nur Wasser bitte. Ok. Hier ist die Wasser. Danke. Omi. Ich habe eine Suppe und einen Braten gekocht. Du wirst so sehen. Super lecker. Danke. Danke. Ich habe eine Frage. Bitte. Ich habe dir gesagt, dass ich Vegetarianerin bin. Ja. Tut mir leid. Aber ich wusste nicht, dass du Vegetarianerin bist. Was kann ich dich anbieten? Hm. Kannst du mir einen Satz vorbereiten? Ja, klar. Sofort. Vielen Dank. Nicht zu danken. Omi. Mochtest du etwas noch? Nein. Danke. Ich bin leider schon satt. Bleib doch noch ein bisschen. Ich habe auch einen Karamellpudding für dich. Nein. Ich mache eine Diät. Ich versuche abzunehmen. Oh, Vagel. Es ist schon fett. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. langsam gehen. Ja. Du hast recht. Komm gut nach Hause. Wir sehen uns morgen in der Sprachschule. Okay. Und noch einmal. Vielen Dank für deine, für die Erladung. Bis morgen. Gehen. Tschüss. Tschüss. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Tschüss. 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 Tschüss.